Willkommen beim langsamen Walzer, willkommen in unserer Stufe 1. Wir haben Ihnen als Einstieg heute eine ganz besondere Figur mitgebracht und zwar ein Damen-Solo. Sie werden sich wahrscheinlich jetzt wundern, Damen-Solo in den Standard-Tänzen? Ja, das gibt es, ein Wohlfühlschritt aus dem Body-Flirt-Programm des ADTVs. Sie werden sehen, machen Sie einfach mal mit, man fühlt sich richtig gut dabei und es passt zu jeder Tanzveranstaltung und es passt wunderbar in den langsamen Walzer. Wie immer tanze ich Ihnen zunächst einmal die Schritte vor und sage was zur notwendigen Führung und dann schauen wir uns die Damen-Schritte zusammen an. Der Herr kann ein Damen-Solo nach dem 1-3 seiner Rechtsdrehung führen. Wir erinnern uns aus unserem ersten Teil die Rechtsdrehung des Herrn rechts-vorwärts ein. Eins, zwei, drei. An dieser Stelle hebt der Herr den linken Arm und ermöglicht der Dame ein Solo unter dem Arm, was wir später mal gemeinsam durchgehen. Während die Dame ihre Drehung vollzieht, tanzt der Herr mehr oder weniger einen Walzer-Schritt auf der Stelle links-rückwärts angesetzt, nämlich eins, zwei, drei. Und dann wieder von vorne in die Rechtsdrehung eins, zwei, drei. Noch einmal langsam. Also, liebe Herren, bei drei von eins bis drei der Rechtsdrehung heben wir den linken Arm etwas an. Das ist immer ein Zeichen für die Dame, eine Drehung unter diesem Arm zu vollziehen. Wir tanzen eine Rechtsdrehung. Eins, zwei, drei. Arm leicht hoch. Die Dame dreht. Ich einen Grundschritt auf der Stelle. Ein, vier, fünf, sechs. Und wieder eins, zwei. Arm hoch. Ein, vier, fünf, sechs. Ein, eins, zwei, drei. Ein, vier, fünf, sechs. Aber wir kommen nun zur Hauptperson beim Damensolo. Der Dame selber. Die Tine hilft mir jetzt ein bisschen, damit wir gemeinsam dieses Damensolo hinbekommen. Und zwar, liebe Damen, aufgepasst. Eins bis drei der Rechtsdrehung. Logischerweise links-rückwärts angesetzt. Ein Rückseitsschluss ist der Einstiegsschritt. Danach hebt der Herr den linken Arm an und ermöglicht der Dame eine Rechtsbewegung unter dem Arm. Wir versuchen das mal gemeinsam langsam. Rechtsdrehung. Ein, eins, zwei, drei. Jetzt, liebe Damen, das Signal Arm hoch heißt, wir drehen. Wir beginnen mit dem rechten Fuß vorwärts und tanzen eine Drehung auf der Stelle. Eine Wiegeschrittdrehung, nämlich vier, fünf, sechs. Und sofort geht der Herr wieder auf die Dame zu mit einer Drehung rechts vorwärts. Noch einmal im Zusammenhang, schön langsam. Rechtsdrehung, Arm hoch bei drei. Nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, Wiederholung und vier, fünf, sechs und eins. Arm hoch, Dame dreht und vier, fünf, sechs. Ganz locker, Arm hoch. Das ist ein Wohlfühlschritt für jede Tanzveranstaltung. Und vier, fünf, sechs und eins, zwei, drei. Schönen Dank. Und das Ganze tanzen wir Ihnen mal mit Musik vor. Wie gesagt, dran denken, bei drei einer Rechtsdrehung hebt der Herr den linken Arm leicht an und ermöglicht der Dame dieses Solo. Und das ist ein reiner Wohlfühlschritt, der mal ein bisschen Abwechslung in unser Standardprogramm bringt. Sie können den langsamen Walzer nach wie vor in einer etwas sportlicheren Haltung tanzen, die Oberarme etwas weiter weg vom Körper oder recht eng. Wir empfehlen das sogenannte situative Tanzen. Haben Sie keinen Platz auf der Fläche, tanzen wir kuschelig und klein. Haben wir mal etwas mehr Platz und haben Lust, etwas sportlicher zu tanzen, tanzen wir das Ganze etwas größer. Je nachdem, wie es passt. Bitteschön mit Musik. Ich zähle uns mal gemeinsam den Einstieg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, die Dame dreht. Und wieder Kulsch. Eins, zwei, Arm hoch, die Dame dreht. Eins. Oder ohne Drehung. Eins, zwei, drei, eins. Wenn der Herr den Arm anhebt. Bei drei. Dreht die Dame ihre Solo. Und wieder in den Grundschritt. Einmal. Arm hoch. Sie dreht. Und wieder in den Grundschritt. Na. Meine Damen und Herren zu Hause, Sie werden schnell feststellen, das ist wirklich ein Wohlfühlwalzerschritt. Obwohl sehr ungewöhnlich für die Standardtänze. Aus dem Body Flirt Wohlfühlprogramm des ADTVs. Aber wir haben natürlich weitere interessante Schritte im langsamen Walzer für Sie vorbereitet. Und an dieser Stelle freuen wir uns auf eine Stufe zwei. Einmal. Und wieder rein. Und wieder rein. Schuss. Was委 an die Musik mit der Kulsch. Wenn der Kulsch zu MSI hochgeset und das Wasserpuffel- Action zeigen, Bis zum nächsten Mal. Hallo und hier sind wir wieder. Und zwar mit einem Schritt, der hervorragend in die tänzerische Praxis passt. Genau das, was Sie draußen beim Tanzen brauchen. Ein Schritt mit dem Namen Außenseitlicher Wechsel oder Outside Change für unsere Engländer. Also, wie immer werde ich Ihnen zunächst einmal ganz langsam die Herrenschritte erklären, ein paar Tipps dazugeben und im Anschluss daran nehmen wir selbstverständlich die Dame mit dazu. Wir starten den Außenseitlichen Wechsel mit 1 bis 3 der Rechtsdrehung als Start, den wir ja schon oder die wir ja schon aus der Stufe 1 können. Wir tanzen rechts vorwärts ein, Vor, Seit, Schluss. Jetzt wird's spannend. Der Herr geht links rückwärts, beginnend zwei Schritte und öffnet dann mit dem dritten Schritt seitwärts nach links aus. Hört sich komplizierter an, als es ist. Langsam zweimal rückwärts, links beginnend, dann seitwärts. Ein, 4, 5, 6. Und beginnt wieder. Ein Vor, Seit, Schluss. Ein Rück, Rück, Seit. Ein Vor, Seit, Schluss. Ein Rück, Rück, Seit. Ein Vor, Seit, Schluss. Ein Rück, Rück, Seit. Ein Vor, Seit. Letztes Mal. Ein Rück, Rück, Seit. Und Vor, Seit, Schluss. Und das Ganze natürlich jetzt einmal mit der Dame. Tine wird mir wie immer helfen. Liebe Damen, wir beginnen logischerweise, wenn der Herr rechts vorwärts beginnt, links rückwärts mit 1 bis 3 der Rechtsdrehung. Nämlich 1, 2, 3. Jetzt wird's spannend. Der Herr links rückwärts, die Dame rechts vorwärts, zwei Schritte auf den Herrn zu. Die Dame, wie gesagt, rechts vorwärts und tanzt ein Vor, Vor, Seit. Und jetzt, meine Herren, deswegen der Name Außenseitlicher Wechsel. Die nächste Rechtsdrehung, die anschließende Rechtsdrehung tanzen wir an der Dame vorbei. Nämlich Vor, Seit, Schluss. Noch einmal langsam von vorne. Im Zusammenhang. Die Dame bleibt vor dem Herrn und er führt eine Rechtsdrehung. Jetzt gerade bleiben. Ein Rück, Rück, vorbei. Und Rechtsdrehung. Ein Rück, Rück, vorbei. Und Vor, Seit, Schluss. Rück, Rück. Jetzt vorbeigehen. Eine Rechtsdrehung. Und Rück, Rück, Seit, vorbei. Sie haben gemerkt, mit diesem Schritt kommt man wunderbar um die Fläche, entweder im kleinen Kreis oder im größeren. Wie eben schon erwähnt, der ideale Schritt für die Praxis. Und das Ganze demonstrieren wir Ihnen mal mit Musik. Ziele uns mal gemeinsam in den Einstieg. Eins, zwei und los. Rechtsdrehung. Ein Rück, Rück, sein vorbei. Seit, Schluss. Ein Rück, Rück, vorbei. Zurück, rückwärts. Öffnen. Oder wenn wir mal keinen Platz haben, wunderbar kuschelig. Dieser Schritt klappt sportlich und funktioniert auch total klein getanzt auf kleinstem Raum. Das, was wir in der Praxis benötigen. Noch eine Runde. Rechtsdrehung. Außenseitiger Wechsel und wieder vorbei. Außenseitiger Wechsel. Gut vorbei. Seit, Schluss. Vielen Dank. Viel Spaß beim Üben jetzt mit unserer Stufe 2. Und denken Sie bitte nochmal an unseren allseits bewährten Tipp. Zunächst alle neun Schritte ohne Musik ganz langsam in Ruhe üben. Und später, wenn der Fuß schon ein bisschen mitmacht, das Ganze mit einem geeigneten langsamen Walzer. Viel Spaß und wir sehen uns gleich bei einer weiteren schicken Variation in der Stufe 3. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Willkommen in unserer langsamen Walzer Stufe 3. Jetzt, ihr Lieben, wird es ein klein wenig sportlicher. Aber in einer Stufe 3 darf es das ja auch. Die neue Figur heißt Langsamer Walzer Wischer und Seitschassé. Nochmal langsam. Wischer und Seitschassé. Und wie immer gehen wir zunächst einmal die Fußpositionen durch, ganz langsam. Ich gebe noch ein paar Führungstipps. Und im Anschluss schauen wir uns die Damenschritte an. Liebe Herren, der langsame Walzer Wischer beginnt mit dem linken Fuß. Und zwar vorwärts. Er tanzt ein Vorwärts, ein Seit- und ein Hinterkreuz. Im Zusammenhang links vorwärts tanzen wir ein Vor-, ein Seitwärtsschritt. Und jetzt kreuze ich auf drei dahinter mit Gewicht. Der vordere ist frei. Das ist eine Wischerposition. Noch einmal im Zusammenhang. Ein Vor-, Seit- und Dahinter. Rhythmus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aus dieser Wischerposition, rechtes Bein frei, tanzen wir nun ein Seit-Chassé. Ein Seit-Chassé hat vier Schritte. Deswegen müssen wir den Walzertakt ein wenig umändern. Man zählt 1, 2 und 3. Also eine und dazwischen. Im Zusammenhang ein 1, 2 und 3. Endet auf dem linken Fuß offen. Sie haben schon festgestellt, die Fußpositionen an dieser Stelle wären ein Schritt-Seit-Schluss-Seit. Noch einmal im Zusammenhang. Wischer und Seit-Chassé. Links beginnen, vorwärts, ein Vor-Seit-Dahinter-Schritt-Seit-Schluss-Seit. Und nach dem Seit-Chassé, das rechte Bein ist frei, wären wir wieder in der Lage, unsere Rechtsdrehung zu tanzen. In diesem Falle wiederum, wie in der Stufe 2, Außenseitlich-Partner. Ein letztes Mal für Sie. Üben Sie doch mal mit. Macht gemeinsam natürlich viel mehr Spaß. Ich zähle mit 1, 2 und ein Vor-Seit-Dahinter-Durch-Seit-Schluss-Seit. Und wenn Sie angekommen sind, wieder eine Rechtsdrehung als Abschluss. So, wir kommen nun zu den Damenschritten. Tine hilft mir wieder, liebe Damen. Auf die Position. Von der Position, können wir eigentlich schon in Tanzhaltung machen. Von der Position aus geht die Dame mit dem rechten Fuß rückwärts und tanzt eine Rückseite dahinter. Was jetzt schon spannend ist. Wenn Sie, liebe Damen, dahinter kreuzen, nehmen Sie den Kopf bitte mit nach rechts. Das ist sehr typisch bei der Promenadenposition. 1, 2, 3. Während des Seit-Chassés drehen Sie den Kopf wieder zurück. 1, 2 und 3, damit Sie jetzt rückwärts weiter tanzen können. Im Zusammenhang noch einmal. Links beginnt der Herr, rechts rückwärts die Dame. Der Rhythmus. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Noch einmal. Übrigens, liebe Herren, ein Trainingstipp noch an dieser Stelle. In der Hinterkreuzposition nehmen Sie die rechte Seite weg, damit die Dame Platz hat für die Drehung. Also rechte Seite ein bisschen weg. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Und rechts Drehung. Ich drehe Ihnen mal den Rücken zu, da kann man besser abschauen. Also, liebe Herren, links vorwärts, Dame rechts, rückwärts. Die Dame hat den Kopf normalerweise immer links in einer Promenade nach rechts genommen. Vor, Seite, dahinter, Schritt, Seite, Schluss, Seite und rechts. Drehung. Diese Position noch einmal. Ich zähle uns gemeinsam den Einstieg. 4, 5 und vor, Seite, dahinter, durch. Cha, cha, cha und rechts Drehung. Und das Ganze zeigen wir Ihnen natürlich einmal mit Musik. Ich zähle uns den Einstieg. Wir nehmen mal nur die neue Figur aus dem Zusammenhang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Einmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Rücken zu Ihnen zum Abschauen. Nur das Neue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Vielen Dank. Sie haben gemerkt, der langsame Walzerwischer und das Seitschassé ist gar nicht so einfach. Aber es ist schon so ein bisschen der Sportstyle. Und in einer Stufe 3 darf es ja auch ein bisschen sportlicher sein. Wir empfehlen wie immer zunächst die Schritte ganz langsam ohne Musik und in aller Ruhe durchzugehen und im Anschluss daran mit der Musik zu tanzen. Sie werden auch gleich im Zusammenhang sehen, wo man diese Figur einbauen kann. Und zwar immer dann, wenn der linke Fuß frei ist. Bis später. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020